Und, was hältst du von diesem Mob, Ryan? Der WSAA-Direktor? Nicht mein Typ. Hahaha, so war das nicht gemeint. Ich glaube, er ist im Recht. Er muss der Rollen-Morke-Karoli bieten. Das sehe ich auch so. Ich glaube, in der FBC zu sein, verdirbt die Moral. Du klingst genau wie er. Aber ich wäre trotzdem gern auf der richtigen Seite. Ich bin der WSAA-Direktor. Ich bin der WSAA-Special-Funktion. Hm, schade. Die ist leer. Und es bleibt, wie gesagt, nur unsere P90. Große, ne? Jetzt haben wir nur so 30... ...mickrige 30. Die ist ja noch nicht. Wirklich? Das ist ja noch nicht. 30 Schuss Mäger heißt ein Monster kann man damit erlegen. Oh Hanf. Eine Hanf Pflanze. Ich nenne sie Hanf. Sollen Kräuter sein. Schön nach Munition auszahlen. Das ist immer wichtig. Pistole. Und Shotgun. Wir laden lieber alles einmal nach. Schießen auch lieber mit der Pistole. Ja nicht drum rum stehen. Na super. Klar. Wir spielen wie der Hulk hier. Haben sie den FBI? Oder was? Nein. Nein. Das ist ein Pasta da. Oh wow. Sieht das auf. Der Aufzug ist der Krönung. Ich habe ihn ja irgendwie böse, wenn ihr so viel Muni liegt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm schon. Sag ich doch. Wurst du noch nicht? Rot Library. Oh Gott. muss man mich? Sollte ich die sein, wenn sie... Ihr macht so viel Aua. Alter, wie kauft ihr Hobbys? Gänsehaut, Mann. Ich hab da mal rauszumachen. Muss man sich hier so lange betteln? Also ganz ehrlich. Oh, er ist auch hier. Aua. Manitionscheck. Fast alle. Oh, Mann. Ich dachte schon, er hält wieder an. Ja, alles okay. Aber das war verrückt. Ich kann nicht glauben, dass morgen die Stadt mit dem Solar-Energie-Satelliten rösten will. Genauso wie in Oracle City. Ja. Von der Erdoberfläche gefakt. Morgen früh ist Terra Grigia nur noch ein Eintrag im Geschichtsbuch. Sehr langer Fahrstuhl muss man sagen. Wir haben getan, was wir konnten, oder? Hoffentlich. Hab ich jemals ein Versprechen gebrochen? Oh, ja. Gleich wird ein Battle auf'n Dach. schade wie sehen die jetzt ab und ich wollte schon sagen ich bin dann alle hauen sie ab der macht sich zum rüsten bereit das war eine kettenderektion sie die stadt ist so kalt wenn sie da wie wir zuerst hinter beiden kalt Hot Toilet Schade, aber da geht das Schiff unter, dann kann es doch nicht sein, was ich immer gedacht habe. Oh, das ist ja los. Oh, das ist ja los.